Das hier ist die wunderschöne Kleiss Seifert-Orgel hier in der Südbertuskirche Düsseldorf. Ursprünglich von Kleiss gebaut, von Seifert saniert und verändert und auch erweitert. Der Spieltisch ist ganz neu, viele Register, auch im Pedal sind dazugekommen. Es ist eine riesige Akustik hier, wenn man da oben ist, ist man doch ganz schön weit im Off, weil einfach die Kirche so schön und groß ist. Es gibt hier auch einen wunderschönen Flügel. Und ja, die Kirche ist hier eigentlich mitten in der Stadt, im Stadtteil Bilk.